So Leute, ihr wisst ja Artikel 13 kommt raus, deswegen dachte ich mir, warte ich gehe jetzt einfach in den Item Shop und ich wollte einer Person was schenken und zwar diesen Tanz. Okay, der sieht komisch aus, der tanzt wirklich sehr komisch, aber das ist mir egal. Ich werde dir das Geschenk kaufen, ich schenke das jetzt einer Person. Ich schenke das mir selber, was denkt ihr euch? Fortfahren, du machst die besten Videos Kappa. Senden, ich hoffe er wird ge... Ein toller Mensch hat dir ein Geschenk geschickt. Oh mein Gott, du machst die besten Videos Kappa. Wer ist das? Oh, was ein Ehrenmann. Ey, der hat es mir einfach geschenkt. Krass. Du, oh, hallo? Ich kenne dich nicht mehr, Junge. Hä, Bekir? Ich kenne dich nicht mehr. Wie, du kennst mich nicht? Kennst du mich? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne dich auch nicht mehr. Willst du durchspielen? Komm, Lan, komm. Zehn Minuten Video, bist du dabei? Heute, ich werde, ich werde euch zeigen, viele meinen, ich wäre voll schlecht, aber nein, ich bin gut. Ich beweise es euch heute. Und Bekir, was machst du so? Ja, nichts eigentlich. Und du? Äh, ja, alles gut, Bruder. Leute, vergiss nicht, meinen Code einzugeben, Magito Mermiflow. Ähm. Ja, eigentlich musst du mir was zurückgeben, als du ein Video gegen mich gemacht hast. Ja, ich gebe dir Ding. Eine Augenbraue. Nein, Spaß. Okay, wo landen wir? Irgendwo, wo wir nicht so schnell sterben, damit ich auf zehn Minuten komme. Hier, ich schaffe locker zehn Minuten. Lass mal auf Sieg gehen. Nochmal danke an die Person, die mir dieses Herz geschenkt hat. Ich weiß schon mal, wer das war. Trotzdem, Dankeschön, Bruder. Bruder, ich hoffe, ich finde dir ein Pferd. Warum findest du ein Pferd? Du Wichser. Ey, Leute, seht ihr das? Das ist eine Schoko-Axt. Seht ihr das? Krass, ja, ich habe ein Geschenk bekommen. Heil, bismillah. Innerlich lieben wir uns Türken alle. Hä? Außer Lijanko natürlich. Ja, Bruder, ja. Okay, komm, lass los, komm mit. Hast du Waffen? Okay, Bruder. Ja, Mann. Ja? Ja, ich komme, Bruder, ich komme, warte. Ey, gib mal die Pumpgum, Bruder. Gitlan, hier, nimm dir einen Ballon. Falls die Leute sich fragen, wieso ich mit Bekir zocke, Leute. Äh, wir haben letztens geredet. Wir haben das geklärt, mäßig. Zafir, er kennt mich jetzt doch. Kennst du mich? Ich kenne dich nicht mehr. Kennst du mich doch nicht? Seitdem du meine Nummer wolltest. Ah, okay, merk ich mir. Nach all den Days habe ich die 100k. 100k. Sag mal. Ich kann das nicht mehr. Da war zu viel Autotune vom Jugendhaus. Hä, Bruder, das ist doch dein Lied. Warum machst du jetzt diesen? Bruder, ich kann nicht mehr. Das war vor zwei Jahren. Sag mal, komm, einmal. Für die Zuschauer. Nach all den Days da habe ich die 100k. Das war ohne Autotune, Bruder. Das war voll schön, Bruder. Wann bringst du zweite Teil? War geil, oder? Ja, ja, wann bringst du zweite Teil? Zweite Teil ohne Autotune, genauso. Ja, ja, schön, schön. Ihr müsst ihn mehr spenden, damit er seine, damit er seine Positivität wieder bekommt. Ja, Bruder, ja. Ja, Bruder, immer werbefreundlich sein. Immer den Baum abhacken. Ja, Bruder. Ey, wir sind hier keine Gegner. Wir werden das schaffen, ne? Leute, wir werden einen Sieg holen. Glaubst du, wir werden einen Echt-Sieg holen? Die sollen reinkommentieren. Kommentiert mal rein, ob wir Sieg holen. Machen die eh nicht, Bruder. Das sind Ausländer. Warum kann ich nicht fliegen, ne? Na, hab denn? Hier gibt es jetzt Hegel-Gleiter, deswegen. Ich habe nicht. Ey, ich habe so lange kein Fortnite gespiegelt. Wuuuuh! Sofee! 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 Oder so! Leute, 200k, das dauert nicht mehr lange. Bald kommt's. Ey, warum klaust du meine Waffe, Mann? Bruder, ich brauch die Waffe. Ich brauch auch eine Waffe. Ja, hier, nimm. Dann hol ich mal eine Sturmgewehr. Maul, Kaffa. Oha, was du sagst. Ey, Bruder, los, wir müssen jetzt angreifen. Ich bin auf... Wir machen jetzt schnell, Bruder. Aber hier ist eine Kiste, sollen wir die nehmen? Die haben sich gerade alle umgebracht. Hä? Die haben sich da vorne gerade alle getötet, wie so Horrorfilme. Bruder, wir haben voll viele Kills. Die sind von Himmel gefallen. Ich hab welche gesehen? Boah, die haben voll viele Sachen. Sofee! Sofee! Chill! Ey, nein! Nein! Oh mein Gott, das war ein schneller Tod, Bruder. Zweite Runde. Bereit, Bruder. Extra für das Pferd. Wo landen wir? Salty? Sagen hat Tilded, oder? Auf! Lass, lass, höchste Haus! Ich beweist, dass ich nicht schlecht bin. Ich bin Mann, Bruder. Wo bist du Mann? Wo bist du Mann? Ach, das ist nicht Mann, das Briggs. Hilfe! Hab ihn! Hassan Irak-Makal. Der war im Raum? Wo war der genau? Ich werde so hart auf 10 Minuten gehen. Hier ist einer, mein Gott. Ah! Nein! Bruder, ich bin tot! Ey, warum stirbst du? Mann! Jetzt muss ich Sieg alleine holen. Bruder, du wirst gleich sterben. Ich gebe dir zwei Minuten. Nein, ich packe das, Bruder. Guck mal, jetzt 90s an alle. Die dachten, ich kann keinen 90s machen. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Oh ja, meine Räume. Oha! Ich hab den! Oh! Oha, Lahn. Ich hab doch gesagt, ich bin gut. Hab ihn. Meinst du, wir kommen auf 10 Minuten? Nein, Bruder. Also, wenn wir weiter spielen, kommen wir auf 4 Minuten. Ey, Bruder, guck mal. Da ist ein Mann von McDonald's, der kriegt ja von Hähnchen Schläge. Bei meinem Bild. Das hat ich noch nie. Ja, das ist Halti. Ey, meine Playstation ist gerade so laut. Ich schwöre. Ich höre nichts, ja? Die macht gerade Bayram. Oh mein Gott. Alter. Chill, ich komme. Meine Playstation wird extra laut, wenn ich aufnehme. Extra macht ihr das extra. Glaub mir, die macht es extra. Ich schwöre, die macht extra. Tanz, meine geile Bitch. Tanz. Ja, danke, Bruder. Werb Freundlichkeit ist weg. Tamm wie ein Pferd, lacht er. Tanz, meine Bitch. Tanz, Bruder. Du tanzt doch selber. Ja, Bruder, lach. Da, da, kommt einer, da. Da, Bruder. Gib ich. Wo? Gib ich, Bruder. Oh, oh, oh. Pass auf, pass auf. Weg hier, weg hier. Nein. Ey, Junge, ich habe keine Lust mehr, Mann. Hab den, hab den. Komm, 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 komm. Hab ihn. Tschüss, Bruder. Salam alaikum asahawir. Jungs, gib mir so auf den Sack, Mann. Du bist gar nicht gut. Bruder, du bist der Beste. Du bist voll schlecht, Bäcker. Katze, Katze. Katze, Katze. Katze, Katze. Ah. Ich habe keine Trap. Ich habe, ich habe, ich habe keine Ressourcen. Wehe, du kassierst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So free. Ey, wie geht es eigentlich, Silla? Magst du die? Free. Magst du, Silla? Bruder, ich möchte darüber bitte nicht reden. Red über Silla. Über deine Snapchat-Stories. Ah, ey, wer. Komm, Story. Achmed al da'ala. Hab mich verstanden. Achmed, der heißt. Achmed al da'ala. Leute, wir sind hier mit Dead, BK, Chico, Abiburakson. Und ich will jetzt auf 10 Minuten kommen, deswegen mach ich jetzt irgend so'n Müll. Dann nütze ich auf 10 Minuten. Egal, warte. Bekir wird jetzt interviewt. Leute, also wir fragen die erste Frage. Bekir, was hältst du von deinem Lied gegen Yo-Oli? Lecker. Warum hast du einen Diss-Track gegen Yo-Oli gebracht? Weil er meine Zuschauer angeschrieben hat und Penisbilder verschickt hat. Und mein Video gesperrt hat. Warum bringst du einen Diss-Track erst dann raus, wenn sein Kanal weg ist? Was? Warum bringst du einen Diss-Track raus, wenn sein Kanal doch weg ist? Der hat immer noch einen Insta-Account, einen Snapchat-Account und, glaub ich, so'n kleinen YouTube-Account. Und er schreibt immer noch bei meinen Zuschauer an. Okay. Und die schreiben mich an. Äh, wer ist dein Lieblings-Youtuber? Wer ist dein Lieblings-Youtuber, Ache? Äh... Ich hab keinen, hab keinen, hab keinen. Du hast keinen Lieblings-Youtuber? Okay. Würdest du, für, würdest du entweder, ähm, ABK einen blasen, oder würdest du deine Augenbrauen rasieren? Äh, oh mein Gott. Niemals deine Augenbrauen rasieren. Ja, ich würde denen einen lutschen. Ich schwör, du würdest, er wird, Leute, er wird ABK einen lutschen, du bist gewachtelt, nur vorbei. Bruder, Bruder, Augenbrauen zu hart lachen, schwör, du lach, Digga. Äh, scheiße. Ah, ja, warte, wenn wir schon dabei sind. Leute. Warte, ich mach kurz Werbung für meinen... Leute, benutzt meinen Creator-Code. Ich brauch Geld, Wallah, benutzt mich. Diese anderen YouTuber haben doch AMG, Bruder, bitte. Benutzt mich, Bruder, guck mal, diese... Boah, das ist voll geile Skin, kauft es. Kauft es. Kauft es mit meinem Code. Mit meinem Code. Ey, ich mach unnötig Werbung, bei mir machen die eh nicht. Cut it, Simba. Was hat der da jetzt kaputt gemacht? Keine Ahnung. Ich glaub, euch hört man nicht im Video. Allah, ich hab leiser gestellt. Musst noch was fragen. Okay, warte mal. Wie lange nehme ich schon auf? Zwei Minuten dreißig. Da geht noch ein bisschen. Ähm. Wir holen jetzt... Soll ich die Satanistin reinholen, Bekir? Ey, ey, Majid. Okay, Leute, wir sind im Discord, ne? Discord, Leute, Link ist in der Videobeschreibung. Da kommt ihr dann in unser Discord rein. Ihr könnt mit mir reden, ihr könnt mit mir chillen. Aber nur, wenn ihr Glück habt. Ich bin doch kein Roboter, der 10.000 Jahre da chillt. Dankeschön. Ähm, ja. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Wurr-Bana? 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 Ich glaub, das wär aber echt nicht toll. Ey, Leute. Denkst du, nur du kannst Frauenstimme machen? Wurr-Bana? Ey, Bekir, mach mal eine Frauenstimme. Wurr-Bana? Hallo? Hallo? Das war doch richtig krass. Hm.